Ups, weil erstmal würde ich sagen, aah, aua, uuh, boah. Äh, nein, 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 nachladen, so jetzt lauf, Milla, auf den Boden, Miss Garth, zur Rechten, sagt gute Nacht, Medell, scheiße, wir verlieren Männer, auf den Boden, wir haben. Wir haben hier Verluste, nicht hierbleiben, komm her, komm nochmal, komm, du wirst sicherlich nochmal kommen, du willst es doch auch. Ich ruft jetzt eine Granate, erstmal Licht ausmachen. Okay, äh, cool. Gut, äh, ich würde sagen... Wow! Wie soll ich denn die abschießen? Ohne... Wir haben hier einen verdammten Tatsch! Gut, nachladen. Äh, Milla hilft mir natürlich nicht. Wir haben Verletzte! Verdammt, was soll ich... Dieser Mist-Gerl hat einen von uns getötet! Ich bin verwundet! Ach, die heilen sich auch selbst. Verdammte Toten! Boah! Boah! Was soll ich machen? Ich hab wirklich keine Ahnung. Äh... Ah... 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 Wir haben hier einen echten Fahrduscher! Haben wir vielleicht irgendwas... Anderes? Entwurfmesser? Ja... Shotgun... Munition. Boah, hat das Ding keine Reichweite oder was ist los? Boah, schon wieder ein Medikit. Dieser Kugel sind für dich. Oh. Ich fürchte, ich mach irgendwas falsch. Oder ich sollte auch leicht spielen. Denn das ist sauschwer hier. Wow. Durchzukommen, ohne irgendwie was abzubekommen. Boah. Shit. Da vorne ist noch einer. Ja, und schon hab ich meine ganze Munition verballert. Nein. Schön, dass ich von den Großen jetzt umso mehr habe. Ich benutze aber gerade keine Shotgun. Was, äh, wirklich scheiße ist. Hallo. Ich bin das hier, der euch mir damit, ja? Wo bist du? Verdammt. Ich weiß nicht, wo die sind. Wieso? Bereit machen, zu markieren. Da. Da. Da war der Typ. Gut. Ja, okay. Ich würde sagen... Was ist das? Ja, okay. Kann ich mir ja gerne mal angucken. Oh, eine Voltkanone gefunden. Halten sie... R gedrückt. Okay. Das ist nicht so mein Stil. Vielleicht nehme ich lieber mal die. Davon habe ich jetzt auch noch ein paar Schuss. Nein, achso, die wollte ich ja nicht aufnehmen. So. Ich nehme lieber die... Diese... Das Gewehr. So. Hier habe ich noch ein bisschen Munition. Schön. Kann ich mich irgendwie nach rechts bewegen oder so? Nein, auf jeden Fall speichert. Wow! Das hier. Das ist schon mal schön. Ähm, Medikit. Boah, wie wenig ich jetzt nur noch habe. Äh, vielleicht mal... Das war jetzt wirklich ein Fehlschlag. Vielleicht soll ich etwas mehr schleichen. Also ich muss zugeben, ich kenne mich nicht... Ich muss... Shootern... Überhaupt nicht aus. Komm nochmal hoch. Ja. Gut. Scheiße. Boah, wieso sch... Hallo? Okay. Ich habe jetzt erstens keine... Wie ist denn da? own klug. Sind da hinten? Ja, du willst, wenn man ihn aufnehmen kann Eduardo sagen muss? Die droHke ist dann auch für acht Platz. Wir simulated eine Luft auraitLuc menos. Super, ich habe jetzt kein Medikit mehr. Ja. Und, äh, das mal nachladen. Gut, ich glaube, ich habe das erst geschafft. Unser blutiges Gemetzel mit den Banditen war vorüber. Mit Monstern und Mutanten hatte ich gerechnet. Aber wie viele weitere Mitmenschen werden noch versuchen, mich zu töten, bevor ich die Polis erreiche? Das ist eine sehr gute Frage. Übrigens merke ich, dass das Licht doch etwas stark ist. Nein, das ist zu wenig. Wenn ich das so setze... Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall noch Two-Faced. Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung getötet zu werden. Das ist gut, denn ich auch nicht. Aber ich werde es wahrscheinlich. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Gut. Rüber und... Ah, guck mal, was wir da unten haben. Einen Filter. Da haben wir noch was. Hallo? Munition. Da haben wir nichts. Aber wir haben noch eine Pistole. Gasmaske, schnell. Schön. Oh. Äh, ja. Hallo. Der interessiert mich gar nicht. Für meine Schüsse. Das gibt's doch gar nicht. Lauf. Uh. Nein, ich komme hier nicht mehr raus. Boah. Nein. Sterb nicht. Boah. So. Wo willst du hin? Sssst. Das ist der Militär. An der Karte. Diese Uhr nach der Banditern. Okay. Okay, sie sind jetzt weg. Wir können gehen. Gut. Ich hab, muss ich sagen, wirklich mächtisches hier. Oh, da hinten kommt auch noch einer. Nachladen. Ja, ja, ja. Ich komm ja schon. Oh. Oh.